Der SDS 2021, Start, Sendezeit, Sendetermine und Infos zu Folge 2 Kürzlich startete die Castingshot Deutschland sucht den Superstar auf RTL in ihrer nächste Runde. Hier finden Sie die Sendetermine, die Sendezeit und alle sonstigen Infos zu der SDS 2021. Am 5. Januar startete die 18. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Unter mehreren tausend Bewerbern wird wieder dir eine ganz besondere Stimme gesucht, die im Finale von Jury Urgestein Dieter Bohlen und seinen, diesmal ausnahmslos neuen, Mitstreitern zum Superstar gekürt wird. Hier finden Sie die Sendetermine, die Sendezeit und alle anderen wichtigen Infos zur Mutter aller Castingshows. Start von der SDS 2021 Die neue Staffel startete am Dienstag, 5. Januar 2021. Seither werden die insgesamt 22 Folgen immer dienstags und samstags in TV ausgestrahlt. Der SDS 2021, Sendetermine und Sendezeiten Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeiten der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar 2021. Das ist die Jury. Alle Jurymitglieder der letzten Staffel wurden ersetzt, nur Dieter Bohlen bleibt. Hier erfahren Sie, wer im kommenden Jahr an der Seite des Popsitans ein Urteil fällen wird, Minus. Wobei wir auch auf ausführliche Porträts zu den Juroren verlinken. Der SDS Jury 2021, das sind alle Juroren. Der SDS 2021, das sind alle Jury.